Ja, hallo, hier wieder Herr Toso. Ha, wir haben schon wieder was übersehen. Wir werden jetzt durch die Minen da durchgehen und den Rest hier einsammeln. Warum ich da jetzt spiele? Ja, weil ich das letzte Mal so abgestunken bin und ich konnte erst durchstarten, wieder, weiß nicht warum, am Anfang, also beim Anfang der Stadt. Also, ich glaube, das ist auch nicht schlecht, dann entgeht uns gar nichts. Bis dann, wenn es euch Spaß hat, macht ein Abo, wenn nicht, dann erzählt es bitte nicht weiter. Okay, tschüss.